Ich bin kein großer Redner zwischen den Liedern, ich spiele lieber. Auf jeden Fall beschäftigt sich damit, dass man, wenn eine Beziehung anfängt, zur Macht krampft zu werden, nur zwei Möglichkeiten anhält. Man geht unter oder man sprengt im letzten Moment noch ab. Haarschaden. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Schöner 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 Schöner